Was schmeckt? Hast du das wieder erzählt? Oh Schatze, das war jetzt voll unglaublich. Du hast sogar Krimmel an der Wange. Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde. Ich hab Matt zwischen den 10. Wir machen Vlog. Wir fahren jetzt zu Tom. Holen den E30 Turbo ab. Fahren dann zusammen nach PS Days. Nach Hannover, zu den Messehallen. Bauen unseren Stand auf. Vlad ist auch schon da. Wir haben Bier besorgt. Ich nehm euch mal mit, damit ihr auch mal seht, wie das alles am Aufbau am Tag so abläuft. Wie die Aussteller aufbauen. Ich zeig euch alles. Die geheimen Kulissen. Wie sagt man? Hinter den Kulissen. Top Secret hinter den Kulissen. Wir bauen auf. Wir haben unsere neuen T-Shirts dabei. Richtig geil, Alter. Ich war mir voll unvorbereitet. Und wir fahren jetzt weiter. Und ich darf mein Sunny Brötchen, Matt Brötchen mit Zwiebeln und Butter. Die haben voll viel Butter drauf gemacht. Und wieder mal geschlafen auf der Couch. Die Sonne geht in der Schau. Schnell den Dappen in den Stau. Ja Freunde, erst das Auto geholt. Jetzt holen wir den Trailer. Guck mal, mit einem Siehwitz die Straße zu lassen. Hier, warte. So, dann fahren wir weiter. Pass das Huertining machen. Mit euch zusammen. Kannst du keinem erzählen? Ja, was soll ich machen? Jan hat da gestern schon wieder mit dem Spitzhammer drin gewirkt. Ja, ihr seid reich. Das Ding ist in der X-Klasse. Soll ich jetzt erst in der X-Klasse fahren? Wenn man reich ist, hat man zwei davon. Nein. GTR-Fahn, Lamborghini Arta, E30 Turbo, aber Curva kein Schlüssel. Dann rastet er aus. Und wenn er ausrastet, dann sieht das ungefähr so aus. Philip jetzt mal ganz ernsthaft. Halt mal bitte deine Fresse jetzt gerade. Ich habe gerade schon den Jungs gezeigt, die das Video guckten. Ein Ausrast da in der Gruppe. Das sieht richtig professionell aus. Jetzt kommst du hier hin. Da ist er. Was machst du? Fahr dich mal runter. Bist du behindert? Das stimmt, ich habe vergessen. Warum unkompliziert machen, wenn man kompliziert macht. Ja, okay, Alter, verpiss dich. Ich bin windig, Alter. Was? Ja, lass auf. Hast du gesehen? Der eine Steinwischer hat den einen verpasst, Alter. So Leute, wir fahren und wir haben besucht. Wir haben gerade aufgebaut. Wir konnten noch nicht so viel auf der offenen Kurve. Weil ich hatte echt Schleppian. Jetzt guck, guck. Wir machen den. Wir machen Rekord. Wie heißt diese Schaustrecke hier? Rekord. Schaustrecke, ne? Rekord. Abgesoffen. Abgesperrte Teststrecke. Abgesperrte Teststrecke. Ich wollte nicht auf Vollbus fahren, weißt du? Weil später dann, ne, du über 30 mit 300 hier und so. Du bist ja reingefahren. Fünf Sekunden gedrückt halten. Der hat schon gar keinen Bock mehr. Guck mal. Alter, der will nicht gefilmt werden. Sag doch. Das ist der Wagen von meinem Chef, Mann. Ich bin absolut dagegen. Jetzt. Ich hab noch Sachen hinten, ich muss ins Auto packen. Sag noch einmal, ich komm nirgendwo rein. Das kommt überall rein. Das ist mit Dreh. Sag noch einmal, ich komm überall rein. Hier ist dann wieder Mad Max. Mad Max, Kuiarri. Wie meine Auto diese. Was machst du hier? Du hast Platten. Du hast Platten. Du hast auch einen Platten, Alter. Kuiarri, pass auf. Die nehmen sich gleich auf. Hast du gesehen? Hinten danach, Kuiarri. Und willst du jetzt hier drinnen packen, oder? Na ja, ich guck noch ein bisschen. Ich lauf doch nicht wie ein Penner. Wir gucken, was hier so geht, Alter. Wollt ihr mitkommen? Dach, Kuiarri. Zdarova. Ne, ich lauf doch nicht. Ich bin doch kein Penner. Steht aber gut. Klar, komm mit rein. Na ja, Kuiarri. Na ja. Na ja, Kuiarri. Na ja. Na ja. Klar, Alter. Denkst du, ich bin Penner? Ja doch auch. Ne, Frau ist nicht mal schwanger. Nur weil endlich mal kann. Nein, Mann. Sie sagst du, was wollt ihr hier? Ich sagst du, ich muss kurz was abladen. Ja. Digga, du warst vorhin noch am Atmen gewesen, Junge. Verpiss dich. Anscheinend mir was zu trinken anzubieten, Alter. Du musst auf den Hauch serfen. Da klemmen wir erstmal in die Hotel, Junge. Du dir erstmal ein vernünftiges T-Shirt und ich bin gespannt. Pascha Joppo. Digga, haupe steht so. Der muss auf einen Hauch. Der muss auf einen Hauch. Oh! Der ist 30. Der kommt auf... Klemmer auf einen M3, Junge. Wenn du mit der Hälfte klemmer auf einen M3. Hier kriegt du noch einen. Was ist mit dem Hauch drauf? Ja, wenn du den Aufkleber von Jasib drauf machst aufs Auto. Wo ist dein Auto überhaupt? Drei. Dahinten. Der gehört eigentlich da draußen nach, Junge. So, Freunde. Guck mal wie geil, Alter. Guck mal hier. Die Dings. Käfer, ne? Unser E30 von Tom. Jeweil. Der auch. Guck mal was die machen, Alter. Statt zu arbeiten, die machen Storys. So, Ding, hat der den gewaschen? Wird der mich verarschen? Wie sieht das denn aus? Vorstell. Das denn vom Bioxyd Design. Lass uns Performance-Flock kaufen, Kurva. Sieht gut aus, haben sie gesagt. Dass er auf Knien da hockt, Alter, hat keiner gesagt, Alter. So langsam wird's. Den legen wir gleich noch ab. Musikanlage leuchtet auch, also wird grad geladen. Und dann geht's weiter hier, Freunde. Stand 18 Uhr oder 19 Uhr, was wir haben. So sieht's momentan aus. Was machst du? Ich reserviere grad ein Zimmer, damit wir... Laufen können. Bisschen. Energy. Kennst du das neue Energie, was alle nehmen jetzt? Boah, wir sind reich. Wir haben Porsche hier stehen. Sie sieht geil aus, ne? Weißt du, wer das designt hat? Das ist ein Design, glaube ich. So ein Schmock ist das. Voll der Schmock. Kenn ich gar nicht den Typen. Der macht doch überall diese scheiß Unterschriften. Ja, 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 ja. Damit jeder sieht, Kurva, was für eine Scheiße die gemacht hat. Guck mal Unterschriften. Denkst du gegen Washington oder wie heißt der? Seins in Washington. 2020? Hast du noch nicht viel erreicht, sag ich ehrlich? Ne, ne? Überhaupt nicht, Alter. Vor allem stehst du mit so einem Vollidiot von Jazzyk an einem Stand. Das ist sowieso. Das ist das Schlimmste, was ich erreicht habe. Das stimmt. Ich auch. In diesem Jahr. Guck mal, wer da ist. Hey! Du hast eine Story gemacht, Kuherit, Alter. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Du kommst jetzt mit, Junge. Wohin? Hier zu meinem Auto. Penderbombe. Was ist das? Wir kommen und trinken. Wir kommen, Kuherit, wir gehen mit. Komm mit. Guck mal, wir gehen in den Taxi rein. Merkt noch nütz. Jeweil, das sollte eine Ananas haben. Reiche, Alter, guck mal. Boah. Boah. Schlag, Schlag. Ah, nee. Kapri, Sonne. Falk, was ist denn los mit dir? Heftig, Alter. Das Auto ist in Vitara, ne? Ja, Mann. Boah. Ja, eine Penderbombe. Wird gut, sagst du? Wird sehr gut. Wenn wir uns, sag mal, wir werden schon mal im Voraus sagen, wenn wir uns Lichter abklemmen, ne? Ja, genau. Ja, klar. Alles gut? Ja. Was machen Sachen? Seid ihr draußen wieder, Kuherit? Ja, wie immer. Die an. Die an. Ih, was ist das für ein scheiß Stand, Alter? Guck mal, das flimmert voll, Alter. Kannst du keine normalen LEDs kaufen, Kuherit? Video, dass das nicht flimmert nachher. Reich, Alter. 5000 Autos nachher. Und mach dir gar nichts, Alter. Ja, weil Autos. Grüß, mein Bier. Patrick, komm. Ja, Mann, wir haben eigentlich ein bisschen reich. Guck mal, wir haben es satt, Alter. Bist du reich, Alter? Was für ein iPhone-Film hier. Tja. Aber ich mach ein Video und er schneidet für mich. Ich hab gesehen, er ist ein Schneider. Ich schneide gar nichts mehr. Hey, hey, hey. Du bist ein Tuning, Alter, Alter. Tuning. Du bist ein Tuning. Du bist ein Tuning. Du bist ein Tuning. Du bist ein Tuning. Aber guck dir den an. Guck dir den an, guck mal. Schon hübsch, aber... Das sieht ein bisschen aus wie Shining Tatum, kurwa. Das war's für den Video. Wir sehen uns morgen, kurde. Weil morgen kommt wahrscheinlich noch ein Video.